Meine Lieblingscreme gegen Falten ist Fiber 11 von Schutzenglein. Fiber 11 mattiert, ist nicht so fettig, spendet viel Feuchtigkeit und enthält vor allem viel für Hyaluronsäure. Die Insee ist auch super, kann man auch bei Q-Check nachgucken. Mit Fiber 11 hat man wirklich eine wirksame Antifaltencreme, meiner Erfahrung nach. Muss natürlich jeder für sich selbst bestimmen, ob das das passende Produkt ist, aber ich kann die wirklich sehr empfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017